Hallihallo liebe Leute ich bin Akumis21 Ich mache Songs, Let's Plays und crazy Unterhaltungsvideos Und weiter geht es mit Life to a Sweet, Larry, Kühle Drinks und heiße Girls Ja, die letzte und dritte Episode Von dieses Minigame Zusätzlich auch eine XXL Vollversion von 2004 Damals, vor 11 Jahren Episode Bar Wars Bedien mich Yeah Das ist meine damalige Lieblings Episode Okay, Hilfe Ziel Larry arbeitet neben seinem Studium noch als Barkeeper Ziel des Spiels ist es, die Kasse zum Klingeln zu bringen Indem du möglichst viele Babes bedienst Je länger du dir für jede einzelne Zeit lässt, desto weniger Trinkgeld wird zusätzlich berechnet Mit einem Tässchen Kaffee kannst du deine Kundschaft wieder munter machen Denn ist ein Babe erstmal zu betrunken schläft es ein und bringt somit kein Umsatz mehr Gut, bevor du ein Bier zappst oder ein Kaffee auffüllst, solltest du dich vergewissern, dass die Kaffeetasse oder das Bierglas auch sauber sind Sollte dies nicht der Fall sein, musst du sie an der Spüle erst säubern Okay Okay Alles klar Okay Let's go ne Yep Let's go Okay 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 Legen wir mal los Wieder brauchen Bier Die Fette will ich sogar auch trinken Okay Fünf Milch müssen wir bedienen Ups Küppchen, leeres Glas Und die Zeit läuft alles klar So und die Gläser die wir hier getrunken haben müssen wir hier sauber machen So Falsch Falsch Dann müssen wir hier So Lass uns was besoffen, ne Okay Uh, die tanzen sollen langsam Das geht Okay Die werden immer besoffen. Ich will noch mal was. Oh, die erste sieht schön aus. Ah, du Scheiße. Wie knapphaft. Ah, sorry, ein Stück. Ups, die haben wir mal zu besoffen gemacht. Okay. Das heißt, nur noch für eine Buh. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Für die nächsten gibt es erst mal koffe. Wo ist der koffe? Hier. So, Kaffee. Hier wieder ein Bier. Ja, wir müssen wieder sauber machen, stimmt. Ja, wir müssen wieder sauber machen, stimmt. Das ist hier alle rausziehen. Es gibt wieder Bier. Die ist tot. Ja, eher geschoffen. So, ich muss ein bisschen aufpassen, dass es nicht alle zugesoffen machen, dass du nicht leckst. Oh, okay. 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 Das heißt, ich muss ein bisschen aufpassen. Ja, ich muss das. Lass baut. Okay. Das ist's. Okay. gerade noch so etwas verkauft und das war ein kaffee okay wir haben den ersten platz geschafft für die letzte folge aber wisst ihr was so wir gehen hier mal michi ein denn ich hab was vor wie meine kippen runtergefallen wir spielen die letzte episode noch mal und tun alle leute so besoffen machen es die nicht mehr zahlen können einfach umkippen aus den dresen dreh aus den ok jetzt probieren wir es mal da ein Bier da ein Bier hier ein Bier dort ein Bier noch läuft die musik ganz normal sorry nicht richtig hingestellt so ach guck mal der Salaman hier ja ja die sollten bald wieder langsam sich ausziehen den schwimmer ja es geht langsam rund weiter mal gucken wie das aussieht wenn alle nackt sind und dann langsam auch aus den latschen kippen ja 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 очка die erste die gossi kurino sozusagen schon mal und gekippt ja ja Du brauchst nicht mehr. Die andere ist auch schon umgekippt. So, wir haben noch genug Zeit, bald kippen alle auf den Larzen. So, jetzt haben wir noch eine, die noch gar nicht voll ist. So, die letzte. Ja, die tanzt schon, alles gut. So, ich hab genug Tür für dich, junge Dame. Hier auch noch eins, das dann dazu. So, bald sieht die aus. Sieht das aus, Baby. Aber leider nicht ganz nackt wie die anderen drei. Die andere ist auch, die ist umgekippt. Und ich bin auf Platz 2. Naja, hier schreiben wir mal Akumischi. Hätte ich eigentlich auf Platz 1 machen können. Naja, ist halt auch komisch mal auf Platz 2. Und mich hier auf Platz 1. Wenn du dich jetzt auf Platz 1 hast, bestätigen, Aber fast genauso. Nur wenn man, äh, ihr die noch Kaffee gibt und so, hätten die auch noch, sozusagen noch überlebt. beziehungsweise wäre nicht sofort besoffen gewesen naja so dann haben wir es mal dann leute haben wir dieses hier schon mal beendet und ihr wisst was es heißt wenn ich schon dieses mini spiel spiele dann werde ich erst mal die demo von dem richtigen hauptspiel von will er wie spielen und dann das richtige hauptspiel ich habe die demo und das hauptspiel zusammen die demo ist hier bei dem spiel dabei und das hauptspiel kommt dann danach aber es dauert natürlich noch ein bisschen ich würde sehen wann ich das hochgeladen werde dann erstmal wird muss es überhaupt noch aufgenommen werden also dann leute nichts verpassen wenn beziehungsweise wenn ihr nichts verpassen wollt dann abonniert mich wenn es euch gefallen habt hinterlasst mir ein like da möchte nichts ist eure entscheidung und dann bis zum nächsten mal bei argomissi 21 das ist das ende dieses let's play das ist das ende dieses let's play ist es war sehr lang oder sogar nur ganz kurz durchs machen wir weiterhin let's play ist dieses let's play macht viel spaß weil es mein hobby ist und es mir spaß das zu machen weil es dir gefällt dann sei mit dabei wenn dem denn dem agomissi 21 fällt immer wieder etwas neues ein year yeah lots leute das war das ende dieses let's play es es mache weiterhin immer weiter mit diesem let's play's Ob es kurz ist oder lang ist, scheißegal, es macht mal weiter, was ist mein Es macht mal weiter, komm ich hier in 20, echt wieder am Start Ich bin wieder da, jetzt play ich meine Songs, meine crazy Unterhaltungsvideos Yo